hallo didi hallo uwe ein kleines sab goblin update für euch und zwar habe ich mir das neue lipo schnellwechselsystem set gegönnt für den fuffi von Freakware habe ich das das hier das finde ich ganz toll das finde ich ganz cool wie ich ja schon gelobt habe ist von sab das alles auswechselbar und alles ist aufs neueste update zu machen hier ohne sich gleich einen neuen heli zu kaufen die die alte schiene die hier von der competition wird die welche vorhin drin die wird einfach rausgenommen das ist dieses system hier und dann mit klärt rum war auch ganz gut war sogar sehr gut und das neue wird dort einfach rein geschraubt und das system ist natürlich geklaut oder nicht ist mir völlig egal also allein t-rex 700 lässt hier grüßen das wird hier einfach vorne reingeschoben und dieser schiene diese aus plastik warum sie jetzt unbedingt rot gemacht haben kann ich mir auch nicht erklären aber das system funktioniert hervorragend also hier vorne rein und das war's kann man vorher alles wunderbar vorbereiten uwe für dich vielleicht eine ganz tolle sache geht echt very easy sind zwei schienen bei bei dem system für 49 euro das sollte dann auch reichen finde ich super jungs wir sehen uns tschüss